Es bleibt spannend hier, ja, die Grünen, genau gesagt, Anton Hofreiter, einer von der Grünen, und Svenjan Schulze von der SPD, fordern ein Tempolimit. Tempolimit ist ja schon lange heiß am Diskutieren, vor, knappe, Monat, oder, wurde schon wieder darüber abgestimmt, aber drüber soll es nicht gehen. Ja, auf jeden Fall ist dieser Anton Hofreiter und diese Svenja Schulze halt auf die Idee gekommen, ein Tempolimit 100 einzuführen. Weil in den Niederlanden es auch ein Tempolimit 100 gibt und Argumentation von Anton Hofreiter ist, dass Deutschland das einzigste Industrieland ist das, wo man rasen kann. Also, rasen finde ich, jetzt ist es nicht, schnell zu fahren. Rasen ist für mich, wenn jemand andere Menschen sein Auto halt gefährdet, dann ist es für mich rasen. Also, halt andere Menschen gefährdet, nur sein Fahrstil. Das ist für mich rasen. Aber nur schnell fahren ist für mich kein Rasen. Sprich, ihr merkt, ich bin gegen ein Tempolimit. Tempolimit macht für mich keinen Sinn. Die argumentieren ja auch alle, your Tempolimit dient der Sicherheit, obwohl es nicht stimmt. 100 kmh kann ein Einschläferern nämlich sein, auf der Autobahn. Und dass ein Tempolimit ja zum Umweltschutz beiträgt, das stimmt auch nicht. Also, wo ein Tempolimit tatsächlich Sinn macht, sind halt Orte oder Plätze, wo halt viele Menschen rumlaufen. Also in Städten, Schulen, Spielplätzen und Wohnführten halt. Selbst auf der Landstraße finde ich, dass ein Tempolimit Sinn macht. Also, eigentlich finde ich das schon, aber auf Autobahnen macht ein Tempolimit eigentlich rein theoretisch keinen Sinn. Denn da laufen normalerweise ja keine Menschen rum. Also, ich bin gegen ein Tempolimit. Und ich hoffe, dass auch niemals ein Tempolimit kommt. Aber schreibt gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren, seid ihr für ein Tempolimit oder dagegen. Falls dafür, warum und falls dagegen, warum. Ich bin schon sehr gespannt drauf. In diesem Sinne, man sieht sich und bis bald.